Hallo liebe Camper, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal, in den Gespül. Heute möchte ich euch das Video zeigen von unserem fertigen Malibu, sprich ich möchte euch zeigen was haben wir alles gemacht, was haben wir alles umgebaut, wie haben wir es umgesetzt und dazu möchte ich euch einladen, damit wir uns das genauer anschauen, das habe ich euch ja versprochen und dazu gehen wir mal wieder in die Werkstatt. Hier steht unser Malibu in der Vollendung. Das Fahrzeug haben wir rigoros fertiggestellt. Fangen wir an, hier oben haben wir eine LTE Antenne montiert, da ist es auch wichtig, da haben wir jetzt eine richtig gute erwischt, die hat eine 19 Cut Ausrüstung, also ich bin jetzt kein wirklich großer LTE Spezialist, doch habe ich mich da ein bisschen aufklären lassen. 19 Cut bedeutet einfach, dass diese Kombi, wo wir da verbaut haben, wesentlich mehr Frequenzen zur Verfügung hat und dieser Regler oder dieses Setup nicht so schnell ins Stocken kommt, wenn mal mehr los ist einfach in der LTE Welt, sondern immer noch seinen Weg findet und Ausweichfrequenzen dadurch hat und richtig gut arbeitet. Also das ist schon richtig tolle Sache. So, was haben wir noch gemacht an dem Auto? Also, zum einen fangen wir mal hier vorne an. Wir haben die kompletten Türen, also hier im vorderen und unteren Bereich komplett ausgedämmt. Warum haben wir das gemacht? Weil wir hier ein nagelneues schönes Soundsystem von Claden verbaut haben. Das heißt, einmal Hochtöner hier reingemacht, Mitteltöner ausgebaut und ausgetauscht und hier unten, unter dieser Getränke-Schachtel haben wir einen richtig geilen Subwoofer integriert. Also, hier in dem Auto hat man jetzt richtig Sound. Also, das macht richtig Spaß. Wenn man auch mal richtig gute Mucke hören will, hat man hier jetzt echt Spaß, weil bei Fiat ist das halt so eine Sache mit der Serienlautsprecher-Geschichte, da kommt man nicht weit. Das Ganze haben wir natürlich hier an dem Radio angeschlossen. Noch dazu haben wir jetzt eine Unterflurkamera montiert fürs Abwasser. Das heißt, wenn man entsprechend den Radio einschaltet, dann hat man den Vorteil, dass wir hier, ich zeige es euch mal ganz kurz, haben wir ja hier, jetzt müssen wir erst warten, bis die Spiegelung ein bisschen weg ist. Wir müssen jetzt ein bisschen warten. Und dann kann man hier nämlich auf Cam gehen. Jetzt muss aber erst das System hochfahren. Jawohl, jetzt können wir hier auf Cam gehen. Jetzt sehen wir die Rückansicht, dann tippen wir einfach auf den Bildschirm und dann macht hier das Fenster Seite auf. Und hier kommt jetzt dann der Abfluss zustande und hier sehen wir den ganzen Abwassertank und wir haben hier integriert ein Kreuz und unten am Kreuz ist genau der Gulli-Auslass. Also genau hier, wo mein Daumen jetzt ist, wo sich hier das Kreuz ergibt, muss der Gulli sein und dann kann man einfach dementsprechend da hinfahren und das Wasser aufdrehen und dann geht es auch schon los. Also echt tolle Geschichte, finde ich richtig klasse. Habe ich in meinem Fahrzeug übrigens auch. Ist ein kleinerer Aufwand, aber echt eine große Wirkung. Jetzt schauen wir mal, ob hier Sound ein bisschen ankommt. Also macht schon echt bumm, also das finde ich schon richtig geil. Gerade mit dem Wohnmobil ist mir doch immer längere Strecken unterwegs und da sollte es natürlich schon echt Laune machen, mit dem Fahrzeug dann dementsprechend so hausieren oder beziehungsweise so Musik hören zu können. Also das ist schon richtig cool. Dann haben wir eine komplette Alarmanlage verbaut. Wir haben hier unser LED reingemacht. Das heißt, hier haben wir noch offen, weil da müssen wir noch die SIM-Karte im Pro Finder einsetzen und die Kabel noch schick machen. Aber das machen wir erst, wenn der Kunde da ist. Das machen wir mit dem Kunden zusammen, weil wir natürlich gleich als Serviceleistung auch den Kunden sein Handy konfigurieren. Das ist immer ganz wichtig, weil das muss alles eingestellt werden. Das soll ja alles funktionieren. Also wird es mit dem Kunden zusammen dann entsprechend konfiguriert. Hier haben wir den Schalter für die Arbeitsscheinwerfer. Die habe ich hinten verbaut. Da schauen wir jetzt mal kurz hinter. Jetzt haben wir die eingeschalten. Den Schalter habe ich an der Position verbaut. Dann leuchten hier die Scheinwerfer. Wenn wir jetzt das Licht ausmachen würden, hätten wir hier richtig Spaß. Dann wäre es hier richtig hell. Ich habe die dementsprechend hier verbaut, den Schalter, damit man natürlich, wenn man es benötigt, auch easy hinkommt. Das ist ganz toll und der integriert sich hier eigentlich ganz gut. Das ist hier vorne alles passiert. Dann schauen wir mal auf die andere Seite. Wir haben natürlich hier unter dem Fahrersitz sowie unter dem Beifahrersitz jeweils einen Akku verbaut. Dann haben wir hier noch einen zusätzlichen Solarregler verbaut für eine Solartasche mit dem Anschluss hier, wo er einfach die dementsprechende Solartasche ansteckt mit dem Ensis und Stecker. Das ist echt eine tolle Sache. Hier haben wir den Solarbooster. Den sehen wir als Solarbooster. Ich rede ein Zeug. Hier haben wir den Booster, den 60 Ampere Booster. Der ist hier unten verbaut von der Firma WCS. Und dahinter sitzt der Akku. Was hier sehr schön ist, das gefällt mir bei einem Fahrzeug, die haben unter dem Sitz hier diese Schläuche verlegt, dass hier unter dem Sitz der Fahrerraum hier ein bisschen durchspült wird mit warmer Luft. Also echt eine tolle Sache. Bitte nicht wundern, hier steht noch unser Laptop, weil wir das Auto noch final einstellen. Haben wir heute schon gemacht, aber zum Testzwecken lassen wir das immer nochmal dran, weil wir da morgen gleich weitermachen und nochmal richtig alles durchtesten, damit auch wirklich alles funktioniert. Dann ein ganzer Stapel voll Bedienungsanleitungen. Oh, Rucks! Gehen wir mal kurz hier rein. Dann haben wir hier natürlich unser WCS-Panel verbaut für die Kombi, 2060 Kombi. Haben wir hier reingebaut mit Landstrombegrenzung und Netzvorrangschaltung. Die ganze Geschichte sitzt da unter dem Sitz. Das habe ich ja schon mal in einem Video vorher gezeigt. So wie auch die Solaregler unter dem Sitz sitzen. Hier bei Malibu kommt man da gut ran, klappt man hier einfach auf, klappt man hier einfach auf und jetzt sehen wir hier unten schon die Solaregler entsprechend mit dem FI-Schalter und dem Wechselrichter. Keine Bange, nach hinten genügend Luft, sauber auf dem Brett montiert, schön fest, stabil. Auch wieder wichtig, überall, ich versuche jetzt mal da runter zu kommen. Ne, wir machen es jetzt mal anders. Ich hole jetzt mal schnell eine Lampe, kleine Sement. Hier schaut es so aus, ein, zwei Solaregler. Dann haben wir da unten natürlich noch die ganzen Schutzschläuche wieder drüber sauber verbaut, damit hier wirklich alles safe ist und dementsprechend nichts mehr passieren kann. Dann haben wir zusätzlich hier noch verbaut eine USB-Doppeldose und 12-Volt-Dose. Das haben wir hier hinten hingebaut, weil da war bloß eine 230-Volt-Dose. Dann haben wir hinter dem Heck noch was verbaut. Da mussten wir dann noch die Luftleitung verlegen, weil da haben wir einen Schieber reingemacht. Das muss ich euch mal zeigen, das ist echt gut gelungen. Jetzt machen wir hier mal schnell die Tür auf. Hauzerox. Und zwar, hier bläst es immer warm raus, weil hier ist ein Auslass. Und wenn die Heizung, die man natürlich im Winter auch mal anhat, unwillkürlich hier immer die warme Luft rauskommt und das direkt hier auf den Kopf bläst, ist das natürlich nicht schön. Und das ist genau der Grund, wo wir gesagt haben, da will der Kunde was geändert haben. Und wir haben jetzt hier einen Schieber reingemacht. Jetzt kann er mit dem Schieber hier dementsprechend die Luftzufuhr öffnen, halb öffnen oder schließen. So kann er selber bestimmen, hier, ob die Kaltbrücke, wie warm, dass er die durchflutet haben will. Und wenn es dann zu warm ist, dann kann man die eben entsprechend einfach ändern. Und dann passt das. Und das, finde ich, ist eine tolle Lösung. So kann sich der Kunde das dementsprechend einteilen, wie er das möchte. Und dann haben wir hier noch eine 12-Volt-Dose hergebaut für den Kunden, damit er auch hier noch was anstecken kann. Hier haben wir dann noch einen Dimmer vorne verbaut. Das ist ein alter Ladebooster. Den lassen wir noch da, klar. Und hier drin haben wir noch die alten Lautsprecher. Ich habe die schon mal gezeigt. Das sind echte, wie sagen wir das? Also das sind echte Konserven. Also dass da kein Ton rauskommt oder kein guter Ton, da kann nichts rauskommen. Also das Ding ist echt Schrott. Und darum hat sich der Kunde für ein schönes Soundsystem erhalten. Die Kladen, die habe ich ja schon öfter verbaut. Da habe ich auch schon mal Videos drüber gemacht, wie wir die einbauen. Und habe dann auch entsprechend einen Versteiger natürlich mit verbaut. Sprich zwei Versteiger. Weil wir haben einmal einen Versteiger verbaut für den Subwoofer. Und wir haben den Pico, den ganz kleinen Versteiger, natürlich hier noch verbaut. Für die obere Anlage, damit es sauber die Frequenzweichen eingesetzt, damit es schön sauber getrennt ist. Und jetzt kann man das richtig cool einstellen. Und das macht richtig Spaß. Also da kommt richtig was runter. Und dann haben wir natürlich noch oben die Solaranlage verbaut. Man sieht es einmal hier und einmal da drin in der Mitte. Wir haben drei Module verbaut, sodass der Kunde auch wirklich schön Energie kriegt. Drei Module, die zusammen, ich müsste jetzt ausrechnen, also knapp 300 Watt. Also das macht richtig Laune mit zweimal 100 Amperestunden Lithium, wo wir hier verbaut haben von WCS. Die Module von WCS, der Wechselrichter, Solarregler. Also das ist ein richtiges Kraftpaket jetzt das Auto. Und kann getröstet, getröstet, getröstet in die Autargie gehen. Jetzt ist nur noch der limitierende Faktor das Wasser. Dann haben wir hier noch, das habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt, den Dimmer eingebaut, damit man, jetzt ist es Strom ausgeschaltet, damit ich die Lampen hier oben, die waren nur mit einem Ausschalter, damit man die sauber dimmen kann. Und das ist mir auch ganz wichtig gewesen, oder dem Kunden ganz wichtig gewesen, weil abends, wenn man da drin sitzt, möchte man schon ein bisschen Ambiente haben und ein bisschen Atmosphäre haben. Ja, und dann sind wir jetzt, glaube ich, mit dem Fahrzeug so gut wie durch. Es war einiges, was wir daran gemacht haben. Also war natürlich schon eréckt, weil hier im vorderen Bereich, das habt ihr ja in den vorhergehenden Videos gesehen, ist alles zerlegt gewesen, alles zerpflückt gewesen, die Alarmanlage komplett eingestrickt, die ganzen Booster, die Soundanlage und, und, und. Also das ist schon echt Arbeit. Aber endlich ist das Fahrzeug fertig. Noch dazu war ja ein Kollege krank, der Detlef. Dem geht es aber wieder gut. Er ist wieder an Bord und auch schon wieder ganz fleißig. Also hat alles gut überstanden, seine kleine Grippe. Aber es geht halt trotzdem rum, da kann man nichts machen. Und wenn sowas passiert, muss ich sagen, sollen die Leute dann auch wirklich daheimbleiben und sich auskurieren, weil die Gesundheit geht einfach vor. So ungern ihr das hört, aber es sind halt trotzdem Freizeitfahrzeuge und Leben haben wir nur eins. Und so eine verschleppte Grippe, das kann dann schon echt eklig werden. Also da stehe ich schon voll und ganz hinter meine Leute und wenn die dann wirklich mal krank sind und wenn das mal ist, dann sollen sie ja wirklich daheimbleiben und sich auskurieren und bis es Fieber weg ist, bis er wieder Luft kriegt und dann kann es wieder weitergehen. Ja, soviel zu unserem Malibu. Tolle Geschichte worden. Und ja, jetzt freuen wir uns schon wieder auf nächste Woche, was da alles kommt. Ja, das war unser Projekt Malibu. Ich denke, die Eigentümer werden ganz viel Spaß haben mit dem Fahrzeug. Das Fahrzeug ist eine ganze Ecke in Richtung Autargie gewandert. Zwei Lithium-Akkus, drei Solarzellen, Hochvolt-Module, ja, was noch, Sicherheits-Alarmanlage, Profinder und, und, und. Also, tolle Sache, super Auto und ich glaube, da lässt sich jetzt richtig schön Urlaub damit machen und da wünsche ich den Eigentümern ganz, ganz viel Spaß damit. Hat riesig Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns auch bald wieder. Spätestens nicht vergessen zu unserem Camper-Treffen. 26. Mai 2022, ein langes Wochenende. Meldet euch an. Wir freuen uns auf euch. Das wird richtig lustig. Da lassen wir uns ganz viel einfallen. Also, bis dahin wünsche ich euch alles Gute. natürlich nicht bis zum 26. Mai, sondern bis zum nächsten Video. Ein wunderschönes Wochenende wünsche ich euch schon mal. Heute ist Freitag, spät abends und genießt das Wochenende. Über Kommentare freue ich mich natürlich, wie immer. Genauso wie über ein Like und ein Abo. Bleibt gesund, alles Gute und ich schnipp mich wieder weg. Mir gefällt das so geil. Ich finde es cool. Also, bis bald. Ciao, ciao.